Die gedruckte Zeitung kämpft in der multimedialen Welt von heute um ihren Platz als zentraler Informations- und Werbeträger. Im Wettbewerb mit den elektronischen Medien haben Aktualität, Zielgruppenorientierung, Flexibilität, Qualität und Wirtschaftlichkeit in der Zeitungsproduktion enorm an Bedeutung gewonnen. Die hochautomatisierte KBA-Kompaktplattform mit der wasserlos produzierenden Cortina und der im Nass-Offset druckenden Schwestermaschine Commander CT trägt den gestiegenen Produktionsanforderungen im modernen Zeitungs- und Semi-Commercial-Druck in idealer Weise Rechnung. Zusätzlich bietet die kompakte Achterturmbauweise gegenüber herkömmlichen Zeitungsdruckanlagen eine Reihe ergonomischer, ökonomischer und ökologischer Vorteile. Im Gegensatz zu der mit Zonenschrauben losen Farbwerken und ohne Feuchtwerke produzierenden Cortina hat die Commander CT klassische Filmfarbwerke mit Zonenschrauben und Sprühfeuchtwerke. Alle anderen Features, wie zum Beispiel die in der Mitte auseinanderfahrbaren Achtertürme oder die Playtronic Plattenwechselvollautomaten, sind identisch. Untertitelung des ZDF für funk, 2017